Übrigens, Charlie Chaplin hat einmal gesagt, die Jugend wäre eine schönere Zeit, wenn sie erst später im Leben käme. Aber so lange will die Jugend von heute nicht warten. Ich spreche von der sogenannten Generation Z, diesen digitalen Wunderkindern, die zwischen 1995 und 2010 geboren sind und von denen sich viele als Kronjuwelen der Evolution betrachten. Eine Welt ohne Smartphones ist für diese Altersgruppe so undenkbar wie eine Pizza ohne Käse. Schlichtweg nicht lebenswert. Schliesslich sind sie die legitimen Nachfolger der Generation Y oder, wie sie sich selbst gerne nennen, die digitalen Natives. In ihrer Blase aus Instagram-Filtern und TikTok-Tanz-Choreografien sind sie die unangefochtenen Herrscher. Ich meine, das wahre Leben ist ein unbedeutendes Detail neben den neuesten Snapchat-Filtern. Denn wer braucht schon echte Freunde, wenn man virtuell Follower hat? Deshalb sind die Traumberufe auch Grippe. Äh, Influencer. Nee, ich meine Influencer. Oder Volldumme. Youtuber. Geld verdienen ohne viel dafür zu arbeiten, ist das Credo derer, die schon mit einem Smartphone in der Hand auf die Welt gekommen sind. Und alle, die sich für ihren Lebensstandard noch den Hintern aufreissen, sind vollkommen bescheuert. Ja, nämlich ich. Schliesslich ist Zeit Geld. Und die Zeit verbringt man am besten mit dem Scrolling durch endlose Social-Media-Feeds. Natürlich hat die Gen-Z auch anderes auf der Agenda als Tweets und Chips. Umweltschutz zum Beispiel. Ein globales Anliegen. Und dafür darf man auch schon mal etwas tiefer in die Tasche greifen. Natürlich nur, solange man noch zu Hause wohnt und Daddy die Heizkosten und den Einbau von Solarspeichern und Wärmepumpen finanziert. Aber es ist halt cool, sich für Klimaschutz einzusetzen. Und wenn dabei das Umweltengagement-Selfie auch noch top aussieht, umso besser. Es gibt eben Prioritäten. How ever. Nee, äh, how ever. Eine kanadische Influencerin postete kürzlich, ich fühle mich zu hübsch, um zu arbeiten. Im ersten Moment dachte ich, sie würde mich zitieren. Äh, ich meine, das Einzige, was mein gutes Aussehen kaputt machen könnte, ist Licht. Jawohl. Und trotzdem habe ich neulich einen Schönheitschirurgen gefragt, ob man bei meinem Kopf vielleicht noch etwas optimieren könnte. Seine Antwort war kurz und knackig. Tut mir leid, Herr Riemer, aber in der Schweiz ist Köpfen schon lange verboten. Echt jetzt? Doch zurück zum Kaffeemann. Teeemann. Thema. Der Sohn eines Freundes hatte letzte Woche ein Vorstellungsgespräch. Als es ums Gehalt ging, hat ihm der Personalchef wohl Folgendes gesagt. Nun, Sie verdienen hier am Anfang 4.500 netto, später natürlich mehr. Seine Antwort, prima, dann komme ich später wieder. Ja, so ist das mit der Arbeit. In einem TikTok-Video spricht eine junge Gen-Z-Frau unter Tränen über ihren ersten Vollzeitjob. Acht Stunden am Tag arbeiten geht gar nicht. Wo bleibt da die Work-Life-Balance? Es bleibt wieder Zeit für Yoga, noch für gesunde Ernährung oder für Chats mit Freunden. Das ist hart. Und wenn man dann auch noch vor lauter Stress vergisst, zu gendern oder sich Gedanken über Wogenes, über die Wokeness macht, gehört man womöglich schon bald nicht mehr zu den Kommunisten, zur Community. Natürlich sind und waren die Generation X und Y, Loser, also Wir. Das Leben ist kurz, um es anal und ohne zu lügen, nee, jetzt habe ich es, analog zu führen. Das Motto heisst Online-Leben, Offline-Denken. Hiess es in den 80er Jahren noch No Future, tönt uns jetzt ein selbstbewusstes My Future entgegen. Wir sind der Mittelpunkt des Universums und persönlich von den Göttern auserwählt worden, um über die Fehler der vorherigen Generation zu urteilen. Leider braucht es etwas mehr als einen zynischen Tweet, um die Probleme der Welt tatsächlich zu lösen. Whatever. Ich will hier nichts pauschalisieren oder alles über ein Lamm kämmen, Kamm scheren. Denn viele der Themen der sogenannten Generation Z sind durchaus wichtig, wie zum Beispiel viele. Und wenn wir Babyboomer erstmal weg sind, dann bekommt auch der Satz von John F. Kennedy für die Zettis eine ganz neue Aussagekraft. Ich bin ein Berliner. Nee, er hat gesagt, einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden. Ja, denn kritisieren reicht nicht und Probleme lassen sich auch nicht lösen, wenn man einmal im Jahr sein Geschlecht wechseln kann. Ich sage immer, wer Freude am Lernen und der Arbeit hat, hat Freude am Leben. Und in jedem Fall muss man nicht verzweifelt auf seine Work-Life-Balance achten. So, und ich schieße mich jetzt erstmal ab und zwar für ein paar Stunden mit zwei, drei eisgekühlten Generation X Tonics. Übrigens, Tickets für meine Tour findet ihr auf meiner Webseite oder klickt einfach auf den Button Tickets und Newsletter. Und bis wir uns live in einer meiner Show sehen, findest du auf meinem Kanal noch weitere Videos. Und nicht vergessen, ihr könnt mich kostenlos abonnieren.